Hallo Maxi! Hallo Maxi! Und dieses Jahr auch wieder mit auf die Kinderbibelwoche? Ja klar, wir haben doch rausgemacht, dass wir uns treffen. Ja, also let's go, wuhuuu! Hallo, wir kommen zur Kinderbibelwoche! Ja, was wollt ihr denn hier? Ja, Kinderbibelwoche ist doch! Ja, schon, aber doch noch jetzt, in Herbstferien, vom 3. bis zum 6. November, da könnt ihr gerne kommen, 14 bis 17 Uhr, richtig viel Spaß und Freude! Echt? Und auch mit der Überraschungsbox, ne? Diesmal leider nicht, aber dafür alles vor Ort und alles live und richtig viel Action mit ganz vielen anderen Kindern. Okay, das heißt, wir sehen uns dann wieder am 3., ne? Und sogar noch früher, am 31. Oktober, machen wir eine Filmenacht mit einem Überraschungsfilm. Cool! Ja gut, dann kommen wir natürlich am 31. und am 3., ne? Sehr gut, bringt alle eure Freunde mit! Ladet sie ein, hier der Flyer! Ja! Ja! Wuhuuu! 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 Wuhuu! Wuhuuu! 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 Untertitelung des ZDF, 2020